Wir haben erleben können, dass Frau Wissler, wie es sich ja gehört, erst einmal die politische Lage geschildert hat, was aber von den versammelten Journalistinnen und Journalisten mit absolutem Desinteresse konnotiert wurde und aufgenommen wurde, eben aus gutem Grund, weil nur eines interessiert, ist diese Partei, die Linkspartei, überhaupt in der Lage zu überleben? Ist sie aus eigenen Gründen in der Lage, wieder eine starke Partei zu werden? Was Frau Wissler fast fähnlich am Ende behauptet, was aber gegenwärtig durch die aktuelle Lage konterkariert wird. Und deswegen hat man eine verzweifelte Parteiführerin erlebt, der gewissermaßen das Hinterland erodiert, nach dem Abgang von Frau Mohamed Ali, der einen Fraktionsvorsitzenden, jetzt eben Dietmar Bartsch. Und dann sind natürlich nur die Fragen im Raum, die die Frage aufwerfen, wie geht es eigentlich weiter mit diesem Laden? Und das zeigt, das erste Gebot für jede Partei muss es sein, wenn sie denn politisch wirksam sein will. Sie muss ihre eigenen Strukturen klar und konzentriert halten und sie muss damit schlagkräftig erscheinen. Gegenwärtig hingegen ist die Partei, die Linkspartei in gewisser Weise in der Geiselhaft von Sarah Wagenknecht und ihren Anhängerinnen und Anhängern, die eigentlich nur darauf abstellen, den richtigen Moment zu finden und abzuspringen und damit der Partei im Bundestag sogar den Fraktionsstatus zu rauben. Denn wenn sie abspringen, dann hat die Partei nicht einmal mehr diesen Status und dann wird sie noch bedeutungsloser werden, als sie es jetzt bereits ist. Die Spaltung, die sich in der Linkspartei abzeichnet, ist eine, die auch inhaltlich begründet ist. Was Janine Wissler jetzt versucht, ist, das Unternehmen gewissermaßen den Raum, der vor allem links von den Grünen freigemacht wird, zu besetzen. Also in gewisser Weise eine klarere Ökologiepolitik zu befördern, zu propagieren, weil natürlich in der Ampel die Grünen auch sehr eingeschränkt sind. In der Asylpolitik viel grundsätzlicher das Recht auf Asyl zu verteidigen. Also all das, was die Grünen an Kompromissen opfern müssen, besetzt jetzt die Linkspartei. Die ganz große Frage ist, und da sind wir bei der Gründung von Frau Wagenknecht, die Frage, die zentral ist, ist die, ob das für eine linke Partei, also hier für die Linkspartei reicht. Das Prinzip Wagenknecht ist genau das andere. Sie will die Marginalisierten, die Schwachverdienenden, die Lohnabhängigen sammeln, die ein Stück weit gerade gegen die Grünen-Politik in Stellung gebracht werden. Wagenknecht sagt ja, die Grünen sind die gefährlichste Partei im Lande. Also eine bemerkenswerte Aussage eigentlich für eine vermeintlich linke Politikerin, die damit sagt, Ökologie ist nicht das zentrale Thema. Aber damit hofft sie eben sowohl bei der AfD als auch im linken Spektrum die Verlierer, die Globalisierungsverlierer zu gewinnen. Das ist der Spalt, der gegenwärtig durch diese linke Partei geht und auch durch die Wählerschaft. Und die große Frage ist, und das ist das inhaltliche Fragezeichen, kann es für die Linkspartei reichen, wenn sie ein Stück weit grüner sein will als die Grünen, auch weltoffener, humanitärer? Daran hat Wagenknecht immer Zweifel geäußert und es ist tatsächlich eine berechtigte Frage, ob das noch reichen wird, um fünf Prozent für den Bundestag zu gewinnen. Die Stoßrichtung von der Partei Wagenknecht, und man kann ja gespannt sein übrigens, welchen Namen sie sich geben wird. Ich habe große Zweifel, dass sie sich mit dem Namen Linkswirt schmücken wollen, weil sie ein ganz anderes Ansinnen hat. Sie ist im Kern zunächst einmal eine nationalistisch orientierte Partei, absolut europakritisch, sehr kritisch, wie ich sagte, gegenüber einem universalistischen Anspruch, den beispielsweise die Grünen vertreten. Klimapolitik ist für Sarah Wagenknecht eher eine Politik, die den Anspruch hat, dem kleinen Mann, der kleinen Frau etwas wegzunehmen, gegen die kleinen Leute gerichtet. Also auch hier alles andere als universalistisch, also nicht einem linken Anspruch klassischer Art gehorchen. Nein, sie ist national, um nicht zum Teil zu sagen national, populistisch ausgerichtet, mit harter Kritik immer nur an den Eliten. Da übrigens auch sehr, sehr nah in dieser Stoßrichtung gegenüber und bei der AfD. Der Unterschied ist, dass sie stärker als die AfD noch die soziale Frage handhaben will. Und da auch vielleicht noch radikaler gegen die Eliten in dem Sinne, das Volk, also die kleinen Leute werden ein Stück weit ausgebeutet vom Kapital, aber auch von den Bestverdienenden. Das ist die Stoßrichtung. Die ist in dieser Gerechtigkeitsfrage durchaus klassisch links. Aber alles andere, was eben eine internationalistische Position anbelangt, die Orientierung auf globale Rechte, Migration, Klimaschutz, da ist Wagenknechts Partei alles andere als links. Und deswegen bin ich sehr gespannt, oder ich sage, die kommende Partei ist alles andere als links. Deswegen hat Frau Wissler durchaus recht, wenn sie die Frage aufwirft, wird das überhaupt eine linke Partei sein? Und da kann man sehr gespannt sein. Übrigens auch ironisch, dass Frau Gero, die früher mal eine große Europa-Befürworterin war, um nicht zu sagen eine Europa-Utopistin, sich jetzt zur Gewährsfrau und Anhängerin von Frau Wagenknecht als Nationalpopulistin entwickelt hat. Das hat eigentlich mit ihrem früheren Konzept nichts zu tun. Es zeigt aber, dass Wagenknecht all die auch einzusammeln versucht, die im Zuge der Corona-Krise, auch im Zuge des Ukraine-Krieges antiwestlich sind. Denn das ist die Überschrift anti-USA und ein Stück weit auch ausgesprochen russlandfreundlich, wie es in letzter Zeit, Frau Gero, auch gewesen ist.